Moin moin liebe Gamer Freunde, willkommen zurück zu Fuck Wild Prime, jetzt haben wir unseren Braunbären dabei. Endlich. Was ist los auf lieber Bär? Denn wir jagen hier einen Mammut. Easy, getagter. So und du bist frei. Okay, so, jetzt sind wir hier glaube ich falsch. Ich bin einfach nur dieser Spur gefolgt hier, aber das war ja nur um ihn zu retten. Wo finden wir denn jetzt das Mammut an sich? Ich glaube, ich glaube wir müssen der Zerstörung nachgehen. Ich nehme mal Pfeile in die Hand. Ob wir hier richtig sind. Fleisch. Hauptsache etwas Fleisch. Fleisch können wir tatsächlich sehr gut gebrauchen. Ein Vogel. Ich höre Schreie. Aber ich sehe kein Mammut. Fragen über Fragen. Tasche bereits voll. Mit was? Okay. Ach, das ist hier runtergelaufen. Nicht hoch. Ich Genius. So, dann hier lang. Hier lang. Ah, dann hier runter. Das ist ja hier richtig wandern gegangen. Das Vieh. Aua. Ja, sicher. Darauf ein Stück Fleisch. Okay, wir sagen es mal hier eben ab. Ich verstehe nicht, warum er immer wieder sich nach oben denkt. Guck euch das an. Ich drücke die Taste und lasse es sich abseilt und er hält und er geht hoch. Jetzt auf einmal, ja. So. Lagerfeuer entdeckt. Ja, nice. Trinkt mir aber nichts, weil wir auf Jagd sind. Auf Großwildjagd. Was sind das für Zeichen? Was ist denn? Stress oder was, ne? Eins gegen eins oder was? Alter, das hält ja richtig was aus. Das war ja gar nicht mal von schlechten Eltern. Falle hergestellt. Okay. Was bringt mir das jetzt hier, Fallen herzustellen? Um mal ehrlich zu sein. Muss ich Fallen bauen? Helfen die mir beim Mammut? Okay, okay. Wir haben, glaube ich, das Mammut gefunden. Alter! Alter, alter, alter. Okay, das Mammut scheint. Ja, nicht gerade freundlich zu sein, auf jeden Fall. Oh, oh. Eine weitere Falle. Die bauen wir schnell auf. Noch eine Falle. Äh, wo rennst du jetzt hin? Ich hab hier Fallen noch. Kommst du wohl zurück? Und jetzt nicht verpissen, ne? Typisch Hive-Spieler. Ach, Leute. Seht euch den Muschi an. Wie sie flieht. Man kann's doch übertreiben. Wohin rennt der denn ganz hin? Hat er den Gegner nicht. Ähm. Genau. Kriegst du dich einfach an der Ecke? Alter, lauf doch mal so, wie ich's denke. Danke. Danke. Ah. Wo ist das Vieh jetzt hingerannt? Fallen für größere Bestien. Okay. Ist jetzt ein bisschen kritisch alles, finde ich. Wenn ja, Ereignis. Verkämpfen wir mal zwei Elche. Hartholz. Du willst mich doch verarschen. Wo ist eigentlich das Mammut? Okay. Raste mal aus. Also Schaden mach ich jetzt nicht unbedingt. Warum ist das Mammut? Warum sind die Letcher so markiert? Oh. Ich weiß wieso. Komm her. Eins gegen eins. Genats. Genats. Guck mal, das Holz. Danke. So. Machen wir hier eine Falle hin. Wo ist er? Wo ist er? Komm her. Nein, du bist richtig easy, Alter. Hier bin ich, du Muschmusch. Gedreckt, Digga. Ha. Richtig easy bist du. Easy. Okay. Das hat irgendwie nicht so viel Schaden gemacht. Ich bin da ein bisschen traurig. Jetzt haben wir ein bisschen Probleme. Ah, hier. Hartholz. Ich brauche mehr Holz. Können wir sagen, wo ich hier Holz finde? Ach, Junge. Ach, Junge. Was soll denn das, hä? Oh, hier ist nur Holz. Das ist das Problem. Nur Blätter und so ein Shit. In dem Po. In dem Po. Kommst du her? Wäre sehr, sehr nett. So, du Muschi. Ich gehe mal hoch. Vielleicht finden wir hier irgendwo Holz. Wir haben was Sinnvolles. Das heißt, Lagerfeuerchen. Wow. Das Ding ist halt, ich habe auch keine Pfeile mehr. Ich habe ein Hartholz. Damit konnte ich vier Pfeile machen. GG. Hive. Ähm. Bitte, 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 lass mich nicht feststecken. Danke. Kann ich sowas hier vielleicht kaputt machen? Ne, davon bekomme ich leider kein Holz. Schade, Schokolade. Wo könnte ich den denn noch hin? Da oben, oder was? Oder hier hin? Verdammt, habe ich es zu früh gemacht? Das ist ja auch noch eine Dings, oder was? Da ist eine Falle scharf, ne? Au. Alter. Raus mit dem Pfeil. Wo ist denn das Mammut jetzt? Komm mal mit zu Daddy. Ab jetzt hier. Reicht mir auch irgendwann. Ich bin hier auf Großwildjagd, die ganze Zeit. Was nicht gerade easy ist. Ha. In den Po. So. Au. Das tat weh. Au. 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 So. Moment mal. Was haben wir denn jetzt hier? Ja. Moment mal. Wo sind noch Gletscher? Das flieht jetzt wieder. Ach, come on. Ha. Kompliziert hier alles. Oh, hier sind auch Gletscher. Hier ist noch ein riesiger Gletscher. Hier ist noch ein riesiger Gletscher. Es entkommt. Wohin ist es denn ganz hin? Hallo? Ey, ich will mich doch verarschen. Diese Wildjagd hier ist echt, das geht echt gar nicht. Au, Junge. Au, Junge. Geh mir doch nicht auf den Sack. Ich jag doch schon das Mammut. Die gehen mir ja richtig auf den Sack, alle. Alter. Alter. Ab jetzt. Oh, Mann. Geh mir einfach richtig auf. Sack. Sack. Ja, es kommen noch drei. Die wollen mich doch verarschen. Das ist doch nicht normal. Was wollen die alle von mir? Alter. Wie konnte ich nochmal... Wo ist das? Ich rufe mein Tierchen-Menü. Da habe ich das gefunden an der Tastatur. Still alive. So. Jetzt kriege ich echt ein Kind, ne? Fleisch. Fleisch. Mehr Fleisch. Ah. So, erstmal anzünden. Nein, nicht Eule. Oh. Okay, Hartholz. Machen wir das so. Dann haben wir 3-3. noch mehr Fleisch. Ich will jetzt dieses verdammte Mammut töten, ne? Aber das Mammut ist halt voll die Pussy. Was ist das? Warum leuchtet das rot? Untersuchen? Das Mammut schärfte seine Stoßzähne. Ach du Kacke. Was ist das für ein Mammut, ey? Das ist richtig verrückt. Das ist voll das abgedrehte Mammut. Ich mag das nicht. Das ist mir unsympathisch. Das ist mir richtig unsympathisch, Mann. Diese Großwildjagten sind echt extrem, ne? Ach, ich bin hier raus aus dem Gebühr. Oh. So schwer kann das doch nicht sein, das Mammut zu finden. Ich meine, das ist ja nicht klein. Das ist groß und nervig. Vor allem nervig. Und will nicht sterben. Schieb den Ball. Schieb den Ball zurück ins Meer. Ich höre es doch. Oder bin ich doof? Ich höre es doch. Aber ich seh es nur aus. Da ist es wieder. Ich glaub, da ist es. Da ist das doofe Vieh. So, Falle scharf machen. Komm her. Du Arschgeige. So, noch eine Falle. Ja. Ja. Die. Was für eine Jagd. Das ist jetzt mein Mammut. Verschwindet. So, töten. Töten. Vom Aussterben bedroht Erfolg. Warum mach ich immer die Eule? Das ist irgendwie so ein Reflex. Egal. Attacke. Ne, doch. Pfeile. Erstmal häuten. Was hab ich bekommen dafür? Mammut haut zwei. Warum treffe ich den nicht? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe manchmal nicht, warum er nicht trifft. So, Arschgeige. Alter. Das war echt eine schwere Geburt, ne? Kann ich nur mal wieder so sagen. Diesen Mammut zu töten, das war alles andere als easy. Ah, so. Ringer hat Fallschaden, Mann. Ich spare. Wo rennen wir denn jetzt am besten hin eigentlich? Wir haben jetzt das Mammut down. Weil es erst down ist, wenn das Heim mit uns ist. Ich guck mal jetzt auf meine Karte, wo wir jetzt hingehen. Im Prinzip müssten wir hier in den Süden. Aber hier ist wieder so ein... Oh, na, na, na. Wir müssen noch solche Jagden machen, aber das sind solche gemeinen Viecher, Mann. Der will, dass ich immer noch seine Hütte baue, da. Egal, wir gehen erstmal zurück ins Dorf und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann.